Die Hohenzollernbrücke in Köln vor 25 Jahren. Ein X-Wagengespann schleicht über den Rhein. Speziell für den S-Bahn-Betrieb gebaut. Die Gattung X-Wagen. Von 1978 bis 1998 werden über 400 davon auf die Gleise gestellt. Als feste Einheit sind sie im Wendezugbetrieb eingesetzt. Anfangs noch in dieser typischen damaligen S-Bahn-Farbgebung. Geschoben oder gezogen werden sie anfangs meist von der Baureihe 111. Nach der Wende wird die ehemalige Reichsbahnbaureihe 143 zum regelmäßigen Zugpferd. Entwickelt werden die X-Wagen für die S-Bahn Rhein-Ruhr, wo sie seit dem Fahrplanwechsel 2019-20 allerdings nicht mehr im Einsatz sind. Auch diese Szenen im Kölner Raum sind bereits Geschichte. Anwesollernbrücke in Köln Anwesollernbrücke in Köln Anwesollernbrücke in Köln Einfahrt in den Bahnhof Köln-Hansaring. Fast niveau-gleich zur Bahnsteigkante ist der Zu- oder Ausstieg möglich. Drei große Türen pro Wagen erhöhen den Fahrgastfluss und sorgen so für kurze Haltezeiten. Heute ersetzt sind sie durch neue Triebzüge der Baureihen 423 und 422. Die gute alte 143 hat ausgedient. Blicken wir noch einmal zurück. Seit 1988 sind X-Wagen-Züge auch bei der damals neuen S-Bahn Nürnberg im Einsatz. Zuerst mit der Baureihe 141 und später dann mit der 143. Die Baureihe 141. Im Laufe der Zeit haben alle Züge die verkehrsrote Lackierung erhalten. Inzwischen sind X-Wagen nur noch im Nürnberger Raum unterwegs. Aber auch hier sind die Tage gezählt. Immer mehr neue Triebzug-Baureihen sorgen für die langsame Verdrängung. Nach Feucht ist die S2 unterwegs. Feucht ist es auch bei diesen Szenen gewesen. Nach den Prototypen 1978-79 werden in drei Serien X-Wagen von Duwag MAN gebaut. Die vierte Serie entsteht ab 1995 bei der DWA in Bautzen. Fast der gesamte Nürnberger Bestand stammt von der S-Bahn Rhein-Ruhr. 2020 stehen noch viele Züge in der Unterhaltung. Somit dürfte der X-Wagen-Einsatz noch einige Zeit weitergehen. Aber auch um den Bestand der Baureihe 143 muss man sich Gedanken machen. Im Herbst 2020 sind aktuell bei DB Regio nur noch 65 Maschinen aktiv. Die in den Bahnhof Rednitz-Hembach einfahrende 143 629 ist bereits den Weg des alten Eisens gegangen. Die in den Bahnhof Rhein-Ruhr sind die ersten Prototypen auf die Gleise gekommen. Drei Jahre später fahren die ersten Serienfahrzeuge bei der S-Bahn Rhein-Ruhr. Bis auf einige Ersatzleistungen endet der X-Wagen-Einsatz dort im Jahre 2016. Wie lange sie noch im Nürnberger Raum fahren, wird sich zeigen. Die in den Bahnhof Rhein-Ruhr Vielen Dank.